. . . . . . . . Falls sich unbekannte fragen, sagst du, du bist Student. Die meisten würden ohnehin nicht verstehen, dass man davon leben kann. . 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 Es gibt Fische und Haie. Fische sind der Schwarm von kleinen Spielern. Die Haie, routinierte und professionelle Spieler, fressen die Fische. . 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 Und wer als Poker-Spieler nicht mindestens 20 mal broke war, ist kein guter Poker-Spieler.